Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir und heute bin ich im Paleopark. Das ist ein Schwimmbad in unserem Camp, wo aber auch Dino-Sachen sind, weil hier in der Nähe Dino-Fossilien gefunden wurden und so. Ja, es ist ein bisschen laut, weil hier halt jetzt Schwimmbad ist und so. Ja, hier hinten seht ihr schon ein Dino-Skelett, natürlich alles nachgestellt und so. Hier auf dem Boden, ich bin hier gerade auf so einer hohen, ja, auf so einer hohen Sache, wo man hingehen kann. Hier sehen wir die Evolution irgendwie, ja. Dann ist hier halt das Schwimmbad, das ist in der Form von irgendwie einem Stegosaurus oder so. Und da hinten sind halt verschiedene Becken, wo man rein kann. Ja, ich zeige euch das jetzt so ein bisschen mal. Hier haben wir ein Dino-Sauber-Skelett. Dino-Eier. Mit einem Dino drin. Und hier hinten kann man reingehen, wenn man will. Hier sieht man auch Dinosaurierknochen, die hier irgendwelche Leute ausgraben können, wenn man will. Ein Histriosaurus. Hier sehen wir noch ein Dino. Um genau zu sein, ein Spinosaurus. Hier sehen wir noch mal hier so eine Evolution oder so. Ja, man kann hier auch jederzeit hingehen, wenn man will. Hier liegt jetzt Erde. Ja. Man kann hier, wenn man in diesem Campus jederzeit hingehen und immer reinkommen. Ich glaube, es ist bis 20 Uhr immer offen. Ja, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao.